Für günstige, schnelle und sichere FIFA-Münzen sowie PSN-Karten oder Microsoft-Points, schau mal in die Beschreibung, dort findest du den Link zu meinem Sponsor MMOGA. Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem Simon von den Gamer Brothers. Und heute gibt es 50 Carpacks, davon nicht zu wenig. Wir haben immer noch 2nd in Form Müller und 3rd in Form Messy mal nicht am Start. Ich glaub der 3rd ist das. Und auch noch in Form Götze. Das letzte Mal hatten wir richtig, richtig Glück. Wir hatten unter anderem 2nd in Form Müller und Robben. So, weiter geht's mit den 25 Carpacks. Das erste nehmen wir mal direkt mit. Da sind glaub ich nur 3 seltene Spieler drin. Die waren bei mir erfahrungsgemäß eigentlich immer kacke. Schauen wir mal an das rein! 2nd in Form Müller! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es ist unglaublich! Robben! Nicht im Ernst! Schon wieder Robben! Nee! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Robben! Das wollen wir heute nochmal wiederholen. Denn wir haben 50 Carpacks am Start. Ich denk mal, ich werd mindestens 6 Stück davon öffnen. Je nachdem wie's läuft. Ich hab noch ein paar 2 Accounts. Und ich würd sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit den ersten an. Okay Jungs, erstes 50 Carpack immer noch zu diesem Neujahresmondesfest. Ähm, bin mir jetzt grad nicht ganz sicher schon... What the fuck? Erstes Pack bester Spieler Eto'o in nem 50 Carpack. Okay Leute, nächstes Pack. Das erste war richtig beschissen mit Eto'o. Komm schon. Ich werd das jetzt skippen. Komm, skipp, skipp. Rossi! What the fuck? Kommt Leute, drittes Pack jetzt. Drittes Pack und... Godin als Duplikat. Ruffier upgraded. Immerhin mal hier 84er-Spieler. Aber die sind ja alle trotzdem nix wert. Gabriel noch. Okay. Es wird echt nicht besser. Ich geh jetzt auf den zweiten Account. Aber bis jetzt war das ja die absolute Scheiße, ey. Krass. So Leute, da sind wir auch schon wieder mit den nächsten 50 Carpacks. Ich glaube, ich hab mich ein bisschen verschätzt, was das Geld angeht. Egal. 50 Carpack... Oh, hier gibt's sogar noch... Ich hab... Hier hab ich sogar noch die 15 Carpacks. Krass, okay. Müsste ich eigentlich auch noch mal rauf im Kopf hauen. Egal. Jetzt erst mal die 50 Carpack. Pack Nummer 1. Komm schon, skipp. Komm, Pack Nummer 5. Bitte. Please. Komm schon. Euer Ernst? Euer Ernst. Pedro. Pedro ist mein bester Spieler. Okay. Reicht genau aus, um noch das letzte Pack zu ziehen. Das ist jetzt das letzte 50 Carpacks. Wenn's jetzt nicht besser wird, dann werde ich keinen mehr öffnen. Das geht irgendwie nicht. Mann, dann. Willst du mich verarschen? Was sind das für 50 Carpacks? Ich hab 300 Car ausgegeben. 300 Car. Ich kann das komplette Pack abstoßen. So Leute, das war's dann jetzt auch von dem Video heute mit dem... Also man sieht es. Ich hab nicht nur Packlack. Ja, es geht nämlich auch so. Das waren die schlechtesten Packs aller Zeiten. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Die 50 Carpacks haben wir auf jeden Fall richtig, richtig reingeschissen. Ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall mehr Glück. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr in den Packs habt. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Und falls ihr mich unterstützen wollt, gebt dem Video doch mal einen Like. Bis dahin, macht's gut. Ciao Leute und tschüss.